Wohin gehst du heute? Wenn sich nichts ändert, gehe ich zu meinem Bruder. Ich werde nach London gehen. Ich werde einkaufen gehen. Wurde unser Termin mit dem Kunden bestätigt? Wurde unser Termin mit dem Kunden bestätigt? Ja, ich habe gesprochen und wir haben den genauen Zeitpunkt für diese Angelegenheit festgelegt. Wurde unser Termin mit dem Kunden bestätigt? Wann soll ich zu ihnen kommen? Du kannst kommen, wann immer du willst. Du kannst kommen, wann immer du willst. Wie wäre es, wenn sie abends kommen würden? Wie wäre es, wenn sie abends kommen würden? Habe ich es richtig verstanden? Habe ich es richtig verstanden? Ja, wir machen so weiter, wie sie es gesagt haben. Ja, wir machen so weiter, wie sie es gesagt haben. Nein, eigentlich ist es nicht ganz so. Nein, eigentlich ist es nicht ganz so. Möchten Sie etwas trinken? Möchten Sie etwas trinken? Kann ich eine Tasse Tee haben? Kann ich eine Tasse Tee haben? Können wir drei Tassen Tee haben? Können wir drei Tassen Tee haben? Können wir heute zusammenarbeiten? Können wir heute zusammenarbeiten? Ich bin heute nicht sehr fit. Ich bin heute nicht sehr fit. Warum hast du die Prüfung nicht bestanden? Ich konnte nicht hart arbeiten. Ich konnte nicht hart arbeiten. Ich habe es versucht, konnte es aber nicht. Ich habe es versucht, konnte es aber nicht. Ich habe es nicht zur Prüfung geschafft. Ich habe es nicht zur Prüfung geschafft. Was ist dein Beruf? Bin ich Informatiker? Ich bin ein Bauingenieur. Ich bin ein Bauingenieur. Gibt es weitere Probleme, die überprüft werden müssen? Gibt es weitere Probleme, die überprüft werden müssen? Die Datenbankverbindung sollte überprüft werden. Die Datenbankverbindung sollte überprüft werden. Server müssen überprüft werden. Server müssen überprüft werden. Wie viele Jahre spielst du schon Gitarre? Wie viele Jahre spielst du schon Gitarre? Wie viele Jahre spielst du schon Gitarre? Ich spiele seit 10 Jahren Gitarre. Ich habe noch nie Gitarre gespielt. Ich habe noch nie Gitarre gespielt. Wird Michael ein guter Mann werden? Wird Michael ein guter Mann werden? Wird Michael ein guter Mann werden? Ich glaube nicht, dass Michael ein guter Mann wäre. Michael scheint ein guter Mann zu sein. Gibt es noch etwas zum Lernen hinzuzufügen? Gibt es noch etwas zum Lernen hinzuzufügen? Es ist notwendig, sich mit den System-Teams für das Projekt zu treffen. Wir sind alle Themen durchgegangen. Wir sind alle Themen durchgegangen. Was hast du gestern Abend gemacht? Was hast du gestern Abend gemacht? Ich bin tanzen gegangen. Ich bin tanzen gegangen. Ich habe für die Prüfung gelernt. Ich habe für die Prüfung gelernt. Ich ging mit meiner Frau ins Kino. Ich ging mit meiner Frau ins Kino. Ich lag krank zu Hause. Ich lag krank zu Hause. Wird es Ihnen nach dieser Behandlung besser gehen? Wird es Ihnen nach dieser Behandlung besser gehen? Ja, mit den Medikamenten, die ich nehme, komme ich zurecht. Mein Arzt sagte, die Behandlung würde funktionieren. Mein Arzt sagte, die Behandlung würde funktionieren. Was ist dein Beruf? Was ist dein Beruf? Ich bin ein Student. Ich bin ein Student. Mein Lehrer. Mein Lehrer. Ich bin ein Computer Ingenieur. Ich bin ein Computer Ingenieur. Ich bin leitender Manager in einem internationalen Unternehmen. Wie war dein Test? Wie war dein Test? Obwohl ich gelernt habe, habe ich die Prüfung nicht bestanden. Ich konnte die Prüfung bestehen, weil ich dafür gelernt habe. Ich konnte die Prüfung bestehen, weil ich dafür gelernt habe. Haben Sie die notwendigen Unterlagen für das Treffen vorbereitet? Haben Sie die notwendigen Unterlagen für das Treffen vorbereitet? Ja, Franz hat alles vorbereitet. Ja, Franz hat alles vorbereitet. Wir haben nur noch zwei Dateien übrig, die wir von unserem Manager erhalten können. Was steht auf diesem Papier? Was steht auf diesem Papier? Was steht auf diesem Papier? Ich habe meine Englisch-Notizen gemacht. Ich habe meine Englisch-Notizen gemacht. Das Notizbuch meines Sohnes. Das Notizbuch meines Sohnes. Welchen Film hast du gestern Abend gesehen? Welchen Film hast du gestern Abend gesehen? Ich habe einen Zeichentrickfilm gesehen. Ich habe einen Zeichentrickfilm gesehen. Ich habe Matrix 3 gesehen. Ich habe Matrix 3 gesehen. Wer kam nach deinem Vater nach Hause? Wer kam nach deinem Vater nach Hause? Danach kam Abi. Danach kam Abi. Mein Bruder kam gleich danach. Mein Bruder kam gleich danach. Werden Sie an diesem Wettbewerb teilnehmen? Werden Sie an diesem Wettbewerb teilnehmen? Ja, ich werde teilnehmen. Ja, ich werde teilnehmen. Nein, ich war schon einmal dabei. Nein, ich war schon einmal dabei. Wie lautet der alte Name dieser Schule? Wie lautet der alte Name dieser Schule? Sein Name hat sich nie geändert. Sein Name hat sich nie geändert. Ihr Name ist immer noch Atatürk Grundschule. Ihr Name ist immer noch Atatürk Grundschule. Haben Sie hier schon einmal ein Auto gekauft? Haben Sie hier schon einmal ein Auto gekauft? Das hatte ich noch nie zuvor. Ich habe hier mein letztes Auto gekauft. Ich habe hier mein letztes Auto gekauft. Kann ich das kaufen? Kann ich das kaufen? Leider ist dieser bereits verkauft. Leider ist dieser bereits verkauft. Klar, du kannst es haben. Klar, du kannst es haben. Wie lautet deine E-Mail Adresse? Meine E-Mail Adresse lautet teachinglangatemail.com Wie hast du nachts geschlafen? Wie hast du nachts geschlafen? Eine Mücke hat mich nachts gebissen. Nachts habe ich sehr angenehm geschlafen. Sollen wir zusammen Kaffee trinken? Sollen wir zusammen Kaffee trinken? Ja, wann sollen wir gehen? Ja, wann sollen wir gehen? Tut mir leid, ich habe heute keine Zeit. Tut mir leid, ich habe heute keine Zeit. Wenn du willst, lass uns morgen trinken. Wenn du willst, lass uns morgen trinken. Was kostet diese Hose? 23 Dollar 23 Dollar Haben Sie Matrix 1 schon einmal gesehen? Ja, ich habe es zweimal gesehen. Ja, ich habe es zweimal gesehen. Nein, ich habe es noch nie gesehen. Nein, ich habe es noch nie gesehen. Ist der Name Ihres Bruders Michael? Ist der Name Ihres Bruders Michael? Nein, der Name meines Bruders ist Tom. Was denkst du über dieses Spiel? Was denkst du über dieses Spiel? Wir haben sehr gut gespielt. Wir haben sehr gut gespielt. Wir haben nicht gut gespielt. Wir haben nicht gut gespielt. Wir haben gut gespielt, aber verloren. Wir haben gut gespielt, aber verloren. Wie ist Tommy? Wie ist Tommy? Tommy ist eine sehr freundliche Person. Tommy ist eine sehr freundliche Person. Tommy ist ein sehr gesprechiger Mensch. Tommy ist ein sehr gesprechiger Mensch. Wo willst du morgen hingehen? Wo willst du morgen hingehen? Ich würde gerne nach Besiktas gehen. Ich würde gerne nach Besiktas gehen. Ich würde gerne zum Endspiel gehen. Ich möchte zum Pokalspiel gehen. Ich möchte zum Pokalspiel gehen. Wie viele Leute waren draußen? Wie viele Leute waren draußen? Es waren drei Männer. Es waren drei Männer. Fünf Mädchen warteten draußen. Fünf Mädchen warteten draußen. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Sechzehn Uhr Es ist zwanzig vor zehn. Es ist zwanzig vor zehn. Hast du eine Freundin? Hast du eine Freundin? Ich habe einen Freund. Ich habe einen Freund. Ich habe keine Freundin. Ich habe keine Freundin. Wie ist er? Wie ist er? Er ist ein fleißiger Mensch. Er ist ein fleißiger Mensch. Er ist ein fauler Mensch. Er ist ein fauler Mensch. Was ist dein Lieblingsobst? Was ist dein Lieblingsobst? Ich liebe Apfel sehr. Ich liebe Apfel sehr. Ich liebe Erdbeeren sehr. Ich liebe Erdbeeren sehr. Sohn, willst du essen? Sohn, willst du essen? Nein, Papa. Ich werde nicht essen. Nein, Papa. Ich werde nicht essen. Können Sie die bei dem Treffen besprochenen Themen zusammenfassen? Auch ich habe an der Sitzung nicht teilgenommen. Auch ich habe an der Sitzung nicht teilgenommen. Es wurde nur das Problem besprochen, das gestern aufgetreten ist. Mit wem werden wir an diesem Projekt zusammenarbeiten? Mit wem werden wir an diesem Projekt zusammenarbeiten? Nur unser Team wird an diesem Projekt arbeiten. Nur unser Team wird an diesem Projekt arbeiten. Ich arbeite mit Michael an diesem Projekt. Was ist das Problem? Was ist das Problem? Ich habe meinen Flug verpasst? Ich habe meinen Flug verpasst? Ich habe mein Geld verloren. Mit wem lebst du zusammen? Mit wem lebst du zusammen? Ich lebe mit meiner Frau. Ich lebe mit meiner Frau. Ich lebe mit meiner Mutter. Ich lebe bei meinem Vater. Ich lebe bei meinem Vater. Ich lebe mit meinem Bruder. Ich lebe mit meinem Bruder. Warum lachst du? Warum lachst du? Was du gesagt hast, war sehr lustig. Was du gesagt hast, war sehr lustig. Ich lache über dieses Kind. Ich lache über dieses Kind. Wann werden sie mit der Arbeit beginnen? Wann werden sie mit der Arbeit beginnen? Ich werde morgen mit der Arbeit beginnen? Ich werde morgen mit der Arbeit beginnen. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht genau. Sie werden nach mir suchen. Sie werden nach mir suchen. Kann man ein Auto reparieren? Kann man ein Auto reparieren? Ich kann Fahrräder reparieren. Ich kann Fahrräder reparieren. Ich habe noch nie ein Auto repariert. Ich habe noch nie ein Auto repariert. Warum bist du erst heute gekommen? 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 Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Ich kam, als ich es lernte. Ich kam, als ich es lernte. Haben Sie Schulden? Haben Sie Schulden? Ich schulde der Bank Geld. Ich schulde der Bank Geld. Ich habe keine Schulden. Was tun in Zeiten der Schulden? Ich studiere. Ich studiere. Ich lese Bücher. Ich lese Bücher. Ich mache Musik. Ich mache Musik. Würden Sie gerne bestellen? Würden Sie gerne bestellen? Ja, ich kann jetzt bestellen. Ja, ich kann jetzt bestellen. Nein, ich bin noch nicht bereit. Nein, ich bin noch nicht bereit. Wo planen Sie unseren Urlaub dieses Jahr? Wo planen Sie unseren Urlaub dieses Jahr? Ich denke darüber nach, es in Paris zu machen. Ich denke darüber nach, es in Paris zu machen. Ich denke darüber nach, nach London zu gehen. Ich denke darüber nach, nach London zu gehen. Wie hast du Englisch gelernt? Ich habe es mir zu Hause selbst beigebracht. Ich habe es mir zu Hause selbst beigebracht. Ich habe es in England gelernt. Ich habe es in England gelernt. Ich habe aus Filmen gelernt. Ich habe es von meiner Freundin gelernt. Ich habe es von meiner Freundin gelernt. Brauchst du Hilfe? Brauchst du Hilfe? Ja, brauche ich. Ja, brauche ich. Ja, bitte. Ja, bitte. Was stand in der Datei in der E-Mail? Was stand in der Datei in der E-Mail? Ich habe die Verkaufszahlen hinzugefügt. Ich habe die Verkaufszahlen hinzugefügt. Die Haushaltszahlen für das nächste Jahr. Die Haushaltszahlen für das nächste Jahr. Wie ist der Fortschritt des Projekts? Wie ist der Fortschritt des Projekts? Das Projekt ist fast abgeschlossen. Das Projekt ist fast abgeschlossen. Wir machen Fortschritte, aber wir brauchen noch vier Wochen. Wir machen Fortschritte, aber wir brauchen noch vier Wochen. Wie viele Personen sind in ihrer Klasse? Wie viele Personen sind in ihrer Klasse? In meiner Klasse sind 23 Leute. Früher waren in meiner Klasse 30 Leute. Früher waren in meiner Klasse 30 Leute. Ich kann nicht gehen, weil ich kein Ticket habe. Ich kann nicht gehen, weil ich kein Ticket habe. Wenn ich fertig bin, werde ich versuchen zu gehen. Wenn ich fertig bin, werde ich versuchen zu gehen. Wie viele Leute werden außer dir zur Schule kommen? Wie viele Leute werden außer dir zur Schule kommen? Außer mir werden noch drei weitere Leute zum Spiel kommen. Außer mir werden noch drei weitere Leute zum Spiel kommen. Zehn von uns werden zur Party gehen. Zehn von uns werden zur Party gehen. Bereit zum Bestellen? Bereit zum Bestellen? Ja, ich kann jetzt bestellen. Ja, ich kann jetzt bestellen. Ich brauche mehr Zeit. Ich brauche mehr Zeit. Für wen bist du hierher gekommen? Für wen bist du hierher gekommen? Ich kam wegen dir. Ich kam wegen dir. Ich bin wegen meiner Kinder hierher gekommen. Ich bin wegen meiner Kinder hierher gekommen. Wirst du frühstücken? Wirst du frühstücken? Ich habe es vor einer Stunde gemacht. Ich habe es vor einer Stunde gemacht. Nein, das werde ich nicht. Nein, das werde ich nicht. Kann ihr Team diesen Job machen? Mein Team wird dies in kürzester Zeit abschließen. Mein Team wird dies in kürzester Zeit abschließen. Das müssen Sie nicht einmal fragen. Das müssen Sie nicht einmal fragen. Präsident, haben Sie Fragen? Präsident, haben Sie Fragen? Ich habe keine Fragen mehr. Ich habe keine Fragen mehr. Werden Sie fortfahren? Werden Sie fortfahren? Was machte Tommy in der Schule? Was machte Tommy in der Schule? Er spielte Ball im Garten. Er spielte Ball im Garten. Er lernte im Unterricht. Er lernte im Unterricht. Gegen welche Lebensmittel sind Sie allergisch? Gegen welche Lebensmittel sind Sie allergisch? Ich bin einfach allergisch gegen Milch. Ich bin einfach allergisch gegen Milch. Ich bin allergisch gegen Haselnüsse. Ich bin allergisch gegen Haselnüsse. Haben Sie schon einmal ein Auto gekauft? Haben Sie schon einmal ein Auto gekauft? Obwohl ich Geld habe, kaufe ich kein Auto. Obwohl ich Geld habe, kaufe ich kein Auto. Ich möchte kein Auto kaufen. Ich möchte kein Auto kaufen. Könnten Sie dieses Tor erzielen? Könnten Sie dieses Tor erzielen? Ja, ich habe letztes Jahr ein ähnliches Tor geschossen. Ja, ich habe letztes Jahr ein ähnliches Tor geschossen. Ich kann vielleicht nicht werfen, aber mein Bruder kann es. Ich kann vielleicht nicht werfen, aber mein Bruder kann es. Freust du dich mich zu sehen? Freust du dich mich zu sehen? Ja, ich bin sehr glücklich. Ja, ich bin sehr glücklich. Ja, ich wünschte, du wärst früher gekommen. Ja, ich wünschte, du wärst früher gekommen. Hast du 30 Dollar? Hast du 30 Dollar? Ja, ich habe 30 Dollar. Ja, ich habe 30 Dollar. Nein, ich habe keine 30 Dollar. Nein, ich habe keine 30 Dollar. Wie ist das Wetter in Istanbul? Wie ist das Wetter in Istanbul? Das Wetter in Istanbul ist sehr heiß. Das Wetter in Istanbul ist sehr heiß. In Istanbul wird es regnen. In Istanbul wird es regnen. Haben Sie irgendwelche Fragen? Haben Sie irgendwelche Fragen? Vielen Dank für die von Ihnen bereitgestellten Informationen. Vielen Dank für die von Ihnen bereitgestellten Informationen. Ist das Treffen vorbei? Ist das Treffen vorbei? Wie geht es dir? Wie geht es dir? Mir geht es gut. Mir geht es gut. Ich bin ein wenig krank. Ich bin ein wenig krank. Ich bin nicht sehr gut. Ich versuche zu heilen. Ich versuche zu heilen. Ich bin nicht schlecht. Wie geht es dir? Ich bin nicht schlecht. Wie geht es dir? Welche Farbe hat der Türgriff? Welche Farbe hat der Türgriff? Mein Türgriff ist gelb. Mein Türgriff ist gelb. Mein Türgriff ist weiß. Was ist deine Lieblingsfarbe? Was ist deine Lieblingsfarbe? Die Farbe blau gefällt mir sehr gut. Die Farbe blau gefällt mir sehr gut. Die schwarze Farbe gefällt mir sehr gut. Die schwarze Farbe gefällt mir sehr gut. Hat der Fahrer im Auto geschlafen? Hat der Fahrer im Auto geschlafen? Nein, es ist niemand im Auto. Nein, es ist niemand im Auto. Ich habe niemanden gesehen. Ich habe niemanden gesehen. Es beginnt mit 15 Minuten Verspätung. Es beginnt mit 15 Minuten Verspätung. Welchen Monat haben wir? Welchen Monat haben wir? Kamin Kamin Juli Juli Woher kommst du? Woher kommst du? Ich bin Amerikaner Ich bin Amerikaner Ich bin Amerikaner Ich bin Brite Ich bin Brite Wie heißt du? Wie heißt du? Ich heiße Michael Ich heiße Michael Ich bin Michael Ich bin Michael Wer hat Recht? Wer hat Recht? Soweit ich sehen kann Hat unser Geschichtslehrer Recht? Soweit ich sehen kann Hat unser Geschichtslehrer Recht? Es gibt niemanden, der Recht hat Es gibt niemanden, der Recht hat Warum lernen wir Englisch? Warum lernen wir Englisch? Ich versuche für die Schule zu lernen Ich versuche für die Schule zu lernen Ich lerne für meinen Job Ich lerne für meinen Job Ich weiß, dass es sehr wichtig ist Ich weiß, dass es sehr wichtig ist Wie heißt deine Mutter? Wie heißt deine Mutter? Der Name meiner Mutter ist Mary Der Name meiner Mutter ist Mary Ich kenne den Namen meiner Mutter nicht Ich kenne den Namen meiner Mutter nicht Was denken Sie über dieses Thema? Was denken Sie über dieses Thema? Ich denke, in etwa fünf Jahren Ich denke, in etwa fünf Jahren Ich denke an dich Ich denke an dich Ich habe nichts im Kopf Ich habe nichts im Kopf Nicht wichtig Nicht wichtig Ich kenne dich Kennen Sie mich? Kennen Sie mich? Ich kenne dich nicht Ich kenne dich nicht Jeder kennt dich Jeder kennt dich Ich kenne dich sehr gut Ich kenne dich sehr gut Was ist im Glas? Was ist im Glas? Es gibt Erdbeermarmelade Es gibt Erdbeermarmelade Im Glas ist Honig Im Glas ist Honig Im Glas ist Honig Magst du sie? Magst du sie? Ja, es ist wie mein eigenes Zuhause Ja, es ist wie mein eigenes Zuhause Es hat mir nicht so gut gefallen Es ist ein sehr überfüllter Ort Es hat mir nicht so gut gefallen Es ist ein sehr überfüllter Ort Wie gehst du zur Schule? Wie gehst du zur Schule? Ich fahre mit dem Taxi zur Schule Ich fahre mit dem Taxi zur Schule Manchmal fahre ich mit dem Bus zur Schule Manchmal fahre ich mit dem Bus zur Schule Dat Esen ist die schüchterne Einheit Dat Esen ist die schüchterne Einheit Ja, er ist sehr schüchtern Ja, er ist sehr schüchtern Nein, er ist sehr schamlos Nein, er ist sehr schamlos Wie kannst du so schnell laufen? Wie kannst du so schnell laufen? Weil ich hart arbeite Weil ich hart arbeite Eigentlich bin ich nicht sehr schnell Eigentlich bin ich nicht sehr schnell Bist du heute zu Hause? Bist du heute zu Hause? Meine Mutter wird heute kommen Meine Mutter wird heute kommen Ja, ich werde mich heute zu Hause ausruhen Ja, ich werde mich heute zu Hause ausruhen Wie sah der Mann aus? Wie sah der Mann aus? Der Mann war sehr besorgt Der Mann war sehr besorgt Der Mann war sehr wütend Der Mann war sehr wütend Wo frühstücken sie? Wo frühstücken sie? Ich mache es zu Hause Ich mache es zu Hause Normalerweise Normalerweise frühstücke ich nicht Normalerweise frühstücke ich nicht Hast du ein Hobby? Hast du ein Hobby? Ich spiele gern Fußball Ich spiele gern Fußball Ich habe keine großen Hobbys Ich habe keine großen Hobbys Ich liebe es, Musik zu hören Ich liebe es, Musik zu hören Was macht Michael gerade? Was macht Michael gerade? Er spielt gerade ein Match Er spielt gerade ein Match Er geht zum Schwimmunterricht Er geht zum Schwimmunterricht Ist das ihr Zuhause? Ist das ihr Zuhause? Nein, das ist das Haus meines Freundes Nein, das ist das Haus meines Freundes Ja, das ist mein Zuhause Ja, das ist mein Zuhause Mit wem werden wir an diesem Projekt zusammenarbeiten? Mit wem werden wir an diesem Projekt zusammenarbeiten? Dieses Projekt wurde abgebrochen Dieses Projekt wurde abgebrochen Haben Sie den Unfall auf der Straße gesehen? Haben Sie den Unfall auf der Straße gesehen? Bei dem Unfall kollidierten drei Autos Bei dem Unfall kollidierten drei Autos Nein, das habe ich nicht gesehen Nein, das habe ich nicht gesehen Wie war das Konzert gestern Abend? Wie war das Konzert gestern Abend? Das Konzert verlief sehr gut Das Konzert verlief sehr gut Das gestrige Konzert wurde abgesagt Das gestrige Konzert wurde abgesagt Ist Ihr Sitz bequem? Ist Ihr Sitz bequem? Ja, es ist sehr bequem Ja, es ist sehr bequem Nein, der Sitz ist kaputt Nein, der Sitz ist kaputt Wie lange bist du schon mit Michael befreundet? Wie lange bist du schon mit Michael befreundet? Wir haben uns vor fünf Jahren kennengelernt Wir haben uns vor fünf Jahren kennengelernt Wir haben uns erst gestern kennengelernt Wir haben uns erst gestern kennengelernt Wir haben uns erst gestern